Nachdem die Zehner ihre Zehnerabschlussprüfung fertig haben und auch die Abiturienten, sogar auch die mündlichen Prüflinge quasi fertig sind mit Mathe-Abi, kommt jetzt noch eine dritte große Prüfung, bei der ich euch super gerne helfen will. Die zentrale Klausur am Ende der EF. Und für alle, die die schreiben müssen, habe ich gedacht, entwickle ich einen Plan, damit ihr in kurzer Zeit mit wenig Aufwand möglichst gut vorbereitet in diese Prüfung geht. Sie ist nächste Woche Mittwoch, das heißt, ihr habt das ganze lange Pfingstwochenende Zeit, um euch darauf vorzubereiten. Und so viel Zeit braucht ihr gar nicht, denn hier, wenn ihr mal guckt, habt ihr vier Schritte, die euch total strukturiert, zeiteffizient und ohne viel Stress durch diese Prüfung durchbringen. Schritt 1 ist immer, dass man weiß, wofür man eigentlich lernt und was man eigentlich alles können muss. Und da seht ihr, habt ihr für die ZK zwei große Themen. Analyse ist ein sehr großes Thema, Stochastik, ich sage mal ein mittelgroßes Thema. Und ich habe euch auf der Website, könnt ihr auch runterladen, kostenlos eine Abhakenliste gemacht, wo genau diese Themen mit so Kästchen sind. Und es ist halt ganz wichtig, dass ihr die theoretisch verstanden habt, weil es auch Verständnisfragen gibt in meiner ZK und dass ihr sie anwenden könnt. Das heißt, ihr müsst erstmal Kreuzchen setzen, wenn ihr die Theorie drauf habt, dann Kreuzchen setzen, wenn ihr Aufgaben gerechnet habt. Und ich sage mal, wenn ihr drei, vier Kreuzchen bei jedem Thema setzt, könnt ihr hundertprozentig safe sein, dass ihr die Aufgaben dazu in der Prüfung hinbekommt. Und wie schafft man es, die Kreuzchen zu setzen? Naja, Schritt 2. Ihr solltet euch eine Mini-Zusammenfassung schreiben zu jedem Thema auf dieser Liste. Das sieht dann ungefähr so aus, da habe ich euch mal einen Auszug aus meiner Lernzusammenfassung hin kopiert, mit dem Thema Tangente, Sekante, Normale. Ein Thema habt ihr an der Mini-Magda gesehen, das in der ZK quasi jedes Mal dabei ist. In eurer Lernzusammenfassung sollte so eine Art Kochrezept, zum Beispiel hier, wie stelle ich eine Tangente auf, es sollten die wichtigsten Formeln reinkommen und es sollte eine Übungsaufgabe dazu, damit ihr auch wirklich seht, wie es funktioniert. In der Lernzusammenfassung ist das alles schon fertig und die Übungsaufgaben sind immer mit QR-Code, damit man auch schauen kann, wie es geht, wenn man es nicht gekonnt hätte. Wenn ihr also ein bisschen wenig Zeit habt oder keine Lust, eine Lernzusammenfassung zu schreiben, könnt ihr die auch einfach kaufen. Die ist da zu finden, wo auch diese Themenübersicht ist, im Shop auf der Website. Schritt 3. Wenn ihr alle Themen so ungefähr inhaltlich zusammengefasst habt, müsst ihr euch ans Üben machen. Übungsaufgaben rechnen, super, super wichtig, um die Theorie auch anwenden zu können. Und dafür nehmt ihr am besten alte ZK-Aufgaben oder guckt einfach die Playlist durch zur ZK. Die habe ich euch auch verlinkt, so sieht die aus, jede Menge wunderbare ZK-Aufgaben zum Üben. Vor allem die Gesamtzusammenfassung, die solltet ihr euch geben. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr also alle Themen für sich einzeln geübt habt, dann schnappt ihr euch ne alte ZK, am besten eine, die ihr überhaupt noch nie gesehen habt, und macht euch ne Generalprobe damit. Zum Beispiel Sonntag. Könnten wir uns verabreden. Alle schnappen sich ne alte ZK, die sie noch nie gesehen haben, setzen sich morgens um 9 hin und rechnen die durch. Also wirklich auf Zeit, ne? 100 Minuten, 20 für den ersten Prüfungsteil, 80 für den zweiten und so weiter. Und da werdet ihr sehen, ob ihr es hinbekommt, die Themen auch gemischt durchzugehen oder ob vielleicht noch irgendwo Lücken sind, die ihr schließen solltet. Mein Tipp, schaut euch da auch mal den Erwartungshorizont an, damit ihr wisst, wie viel ihr schreiben müsst, um die Aufgaben wirklich richtig zu bearbeiten und die vollen Punkte zu bekommen. Und manchmal auch, wie wenig. Manchmal muss man weniger machen, als man denkt und kriegt trotzdem die volle Punktzahl. Zum Beispiel beim Operator geben sie an oder bestimmen sie. Ja, und bei Fragen oder wenn ihr euch irgendwo unsicher seid oder Sorgen habt, schreibt einfach Kommentare unter die Videos oder schickt mir ne Mail und dann hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen kann. Also, nutzt das Pfingstwochenende, ladet euch diesen Lernplan kostenlos bei mir auf der Website runter und startet am besten direkt heute. Ganz viel Erfolg, ich glaube an euch, ihr packt das.